Hallo ihr Lieben auf dieser Großenheit-Welt! Ja, hier ist das Paket gekommen, von dem ich auf Instagram geredet habe. Und ja, jetzt kommt das Ostpack-Video zu diesem wunderschönen Pferdchen. Ja, nicht wundern, ich hab die Treffdinger schon abgerissen, damit das jetzt nicht irgendwie zuheben und Zeugs und so kompliziert wird. Also, würdet ihr mal wagen? Let's do! So, jetzt ist hier auch schon mal ganz viel Hobbes-Affragungsgründungszeugs. Oh, in Hose! So, dann haben wir einmal hier einen ersten Platz bei der LS Isartal. Da war ich ja auch dabei. Da habe ich dieses wunderschöne Pferdchen nämlich gesehen. Ähm, so. So, das hat das Pferdchen nicht mehr. Ja, nicht mehr. Weg, 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 weg. Platsch. Und ein Pferd, das ich jetzt noch irgendwie anfangen darf. Okay, dafür brauche ich wieder zwei Hände, glaub ich. house-Affragungs虐 Und ich spreche... So, und hier ist das Prachtstück. Ich finde sie unglaublich toll, also ich bin eigentlich, ich finde das Gesicht zu schön, eigentlich bin ich kein großer Fan von Gehärtenpferden, wenn ich ehrlich bin, aber bei ihr finde ich ist es halt echt sehr schön Gehärt und auch gerade den Übergang hier hinten liebe ich total. Die Farbe ist echt wirklich toll, ich finde sie total toll und ich bin echt verliebt gewesen in sie von Anfang an, als ich sie das erste Mal in dieser Tal gesehen habe. Und hier. Sie sieht jetzt in der Kamera ein bisschen glitzrig, glänzrig aus, was ist sie aber nicht, also das Licht an der Kamera. Und sie ist so schön. Sie ist ein Dunkelfuchs, ich weiß nicht, ob man das jetzt durch die Kamera so gut erkennen kann. Und sie ist auf jeden Fall wunderschön. Ihr Name ist Aikanada. Weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall. Und das ist das neue Mitglied meiner Bubble Girl Conga. Wer hat es gedacht, dass es ein Bubble Girl ist? Ehrlich sein, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ja, ich bin echt glücklich, dass ich sie jetzt habe. Ich habe es nur überlegt, denn es war genau nach Bensheim, wo ich ja schon Geld ausgegeben hatte, aber ich gehe arbeiten, damit ich mir sowas finanzieren kann. Ja, das war ein kurzes Auspackvideo. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Ja, ich werde jetzt schauen, dass ich vielleicht in den nächsten Tagen auch mal vielleicht mit ihr Bilder machen kann, was ich nicht weiß, weil das ja dann natürlich draußen schlecht ist. Das Ganze muss ich selber erstmal oben in meinem Regal unterbringen. Ja, mal sehen, wie das klappt. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, tschüss.